So, ah, dann ist er einfach. Okay, Lenny ist dran. Wow! Nicht aus. Das ist schon weg, ne? Ja, die beiden sind schon wieder langsam. Nee, der lebt noch. So, jetzt. Okay, wir spielen doch irgendwie nur mit Pistolen, obwohl wir schon zwei weiter geworfen haben, ne? Ja, aber irgendwie Pistolen finde ich irgendwie coolst. Vor allem, weil die jetzt so ausgerüstet sind. Ach, die abgehen, nicht schlecht. Ach, ich nehme mal Schrotfeld. Komm. Einfach nur, weil es kann. Ja, da waren wir mal. Ja. Ah, was? Wo? Der Typ da, glaub ich, hier. Welcher? Der da so, den Hals so lang gezogen hat, da. Das sieht doch bescheuert aus, ey. Hä? Ih, oh Gott. Was ist das? Okay. Ih, nein. Das ist ein ziemlich merkwürdiger Fehler. Versuch mal... Äh, ich geh weg. Das sieht ein bisschen komisch aus. Fast noch gruseliger als dieser Fernseher überall. Ja, ja. Das müsste so hochklettern. Wenn da schon so ein auffälliges, oranges Zeichen auf dem Boden ist. Dann muss ich, glaub ich, durch die Tür. What? Oh, ah. Du Penner. Was ist der aushält? Ach, die können alle nix. Die Frottchen sind doch lange nicht so effektiv für dich. Ja, wohl doch, doch. Eigentlich schon, schon. Können wir die jetzt auch noch aufrüsten? Vielleicht? Am Ende des Kapitels? Ja. Finde ich auf jeden Fall besser als die Maschinenpistolen. Glaub ich. Ja, Maschinenpistolen sind auch nicht schlecht. Aber die sind im Prinzip nur eine schnellere Version von den Pistolen, die nur ein Drittel von den Schaden machen. Ja. Ich glaube... Ich glaube... Hier ist richtig. Tatsache! Na, sieh mal einer an. Kein Ladebildschirm diesmal? Na, sieh mal einer, guck. Kein Ladebildschirm anscheinend. Nope. Auch keine... Schade, ich hätte sie so gerne noch mal gehört, wie sie Mundharmonika spielt. Ja, das war schön, ne? Ja. Das war aber auch nur einmal bisher, ne? Ja. Sonst war mal... Fasomusik oder irgendwelche Werbung. Dammeln wir mal die Munition ein. Falsch doch. Falsch doch. Da du ja mit den Spurflinten ein bisschen kennst... Helmst. Ja. Bring die Munition auch. Ja, was. Ich kann doch nicht EINE Tür mal normal auflaufen, ne? Nö. Das geht nicht. Ich muss entgegentreten oder so, ne. Nö. Hi, Leute! Woah! Geht ab! Was ist das für einer, Alter? Alter, auch Katana. Aber manche sind da ein bisschen krasser drauf. Der hat noch mehr Punkte gebracht. Die geben alle so 10 und der eine Tür hat 25 gebracht. Gute Nacht, Schatzi. Gute Nacht, Schatzi. Quack. Quack. Erstmal, wo du gedacht hast, das wär Keramik. Ja, das sah auch so aus, weil das... ...nicht so blau war, sondern halt so irgendwie komisch. Sondern so irgendwie... ...so gelblich. 1000 Punkte, Alter von Wede. Ich hab grad wieder einen Affen gehört. Ja, der ist auf der anderen Seite. Rutsch halt runter durch. Weeeeeeeell. Guten Tag. Was gibt's denn hier? Hallo, Battle-Musik! Ach, ich bin schon gesprungen. Oh, Arena. Ein Arena. Ein Arena mit... ...drei Stützels aus... ...vier. Oha. Alles klar, schön. Dann mal go. Go, weep. Go, weep. Ist der doch die Maschine? Ja. Ein bisschen Abwechslung. Yeah. Für den Affen. Danke. Das war der, wirklich. Ja. Wie sie sich in der Luft so komisch gedreht hat. Das ist Sinn. Alter, der wehrt alle meine Schüsse ab. Mit dem Schwert, das er die ganze Zeit gleich hält. Kann's doch nicht sein, ne. Alter! Woah! Das ist auf die Fresse gerade. Schnell, ich brauch einen Multiplikator. Oha. Was sind das für Gegner hier? Dealer. Kaputt. Wo ist er? Komm. Komm, der wehrt alles ab mit seinem Scheissschwert. Das geht doch gar nicht. Du hast dich in der letzten kleines bisschen geheilt gehabt. Ähm. Was sich gerade gerettet hat. Versuchen wir mal irgendwo Multiplikator einzusehen. Dann hättest du bloß 5 und dann wärst du ratzfatz wieder vollgeheilt. Ja. Ja, ich war tot. Ja, probier nochmal durchs jetzt. Komm, du spät. Ja. Einfach so mach ich noch. Ja. Es wird schon härter jetzt. Ja, man merkt es. Die anderen Arenen... Die ersten Level gingen deutlich einfacher. Ja. Vielleicht sollte ich doch die Pistolen nehmen. Ich glaube, die sind am stärksten bisher. Ja. Und dann vielleicht die anderen Laufen wechseln, wenn wir die jetzt dann nach dem Kapitel so ein bisschen auch bewertet haben. Ich meine, dann haben wir auch so ein paar Punkte. Ja. So. Hallo. Ich versuche aber die eine... Das eine war tausend Punkte mal wieder nochmal zu kriegen. Die hier irgendwo waren. Wo waren die denn? Ich weiß es nicht genau. Ich habe so irgendwas kaputt geplant. Willst du was von mir? Irgendwas hast du kaputt gemacht. Eis habe ich kaputt gemacht letztes Mal. Ja. Machen wir mal alles kaputt. Genau. Alles kaputt. Hier waren die. Ja, hier. Ja, genau. So. Haben wir sie. Den Laufen haben wir schon, ne? Der Affe der Berke. Schräg rutschen. Geht nicht so gut. Seitwärts rutschen. Weil... So. Arena. Let's go. So. Was? Das ist ein dicker Ausdruck. Ja. Ich muss sagen, es ist... Mann, ist der Unterricht hier aus, halt. Ja, der ist jetzt weg. Boah, du musst auch noch weg. Komm nun. Da muss Viereck drüber stehen, dass ich das drücken kann. Ich glaube, sollte ich vielleicht auch erstmal die Türen lecken. Da, Viereck. Ich so. Ich müsste noch was drücken. Viereck. Ja. Holl in die Eile. Boah. Ich fang gleich schon wieder tot. Nein, das darf nicht sein. Hilfe. Das ist echt krass, in diesem Level. Boah, diese scheiße Schwertkämpfer, die immer alles abwehren. Boah, das gibt's doch nicht. Hm. Mach's nochmal? Ach, wenn du mich noch einmal lässt? Ah ja, natürlich. Okay. Ja, ich hab jetzt schon die ersten 15 Minuten und jetzt hast du erst 7 oder 8 oder wie viel das jetzt sind. Geht schon. Ja gut. Einmal noch. Ja. Und denn... Wenn ich's jetzt verkacke, dann bin ich's nicht wert. Schau, 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 schau. Boah. bloah, blive, blive, blive... Hollywood ist toll. Ja und du nennst die Schuss. Achso, ja. So, schwupp Und noch einmal So, jetzt aber Den dicken Einhämmern Das ist der Ruhegift Ich glaube, das war auch der, der Am ersten Versuch so ungenatzt hat Ja Finde ich raus Jetzt Bam! Und noch einmal Alter Wie sie sich freut Hat sie gelächelt Das ist ein bisschen sadistisch, die Gute Ja, ein bisschen Da ist noch nur einer Der wird mit Das war noch normaler Ne, von den dicken sind, glaube ich, nur nur einer da Super Da muss ich schon wieder ein bisschen was regenerieren Eigentlich kannst du den normalen Humpflauch, glaube ich Und jetzt an der Wand Jetzt werde ich natürlich nicht doppel schießen Weil ich mich mit anderen festhalten muss Und X Ja Ganz genau so wie das ist So muss das sein Das ganze da runter Und dann wird doch Ich glaube Nee, da einmal rüberspringen Und dann Oh, verdammt Ganz schnell Ich wollte an die Stange So Wo war der denn? Ach, hier Okay Okay So, aber das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus Ja, noch ein Versuch hier Rüber Jo Jo Du kannst nix Es ist nix Laufen Gut Ich glaube da kannst du auch einfach Wieso dann Ich dran lang kann Genau So genau Ja, an der Davor ist 70 Jetzt hab ich rüber Ich glaube da war der 5 So und Abspringen So, plus 80 Der hat gesessen 175 Alter Ja Ja, ich hab auch Multiplikator plus 5 Ja, und dann mehrere Kills in einer Zeitlupe Ja Ah, stimmt So, wo ist das letzte? Down Alter Ja Das sind 5 Punkte So ist der letzte da glaube ich Ach, ja Was machst du da? Wie war das? Achso Ja, den wollte ich nochmal machen Und ich der letzte? Doch Gut, klar Ausgezeichnet! Gut ausgezeichnet, gut Yeah Wundervoll Okay, wollen wir verbessern? Äh, ja Gucken wir mal Weil, was Wir da vielleicht bei Ruby Fähigkeiten ganz unten Fehlen ja irgendwie noch 2, oder? Mhm Ja Kommen wir jetzt auch Zielautomatik Zielautomatik zurücksetzen Klicke auf R3 Um die Ausrichtung der Zielautomatik zurückzusetzen Konzentriere deine Feuerkraft Okay Ah, da können wir wahrscheinlich Und wird die Zielautomatik Wird auf das Ziel gesetzt, auf das man mannuell drauf zielt Brauchen wir das? Mh, nicht unbedingt Hechtieb Immer kräftig drauf Lass Ruby auf Gegner einhauen, während sie durch die Luft springt Hm, das wäre eigentlich ganz nett Kaufen wir, oder? Was ist Luftieb? Ähm Zurück an einer Wand oder auf einem Sims Okay Ich glaub das ist besser Ja Kaufen wir das und noch einmal Gesundheit Ja Das und Gesundheit Dann sind wir nämlich durch mit den Punkten auch schon Ja Und dann können wir jetzt die restlichen Punkte darauf verwenden Die anderen Waffen abzunehmen Ja, was fehlt uns da noch? Schwertschaden Ja, Schwertschaden ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt Aber auf jeden Fall Dann Zwei gesperrte Das ist halt für die Waffe, die jetzt noch kommt Ja Da fehlt uns noch eine Waffe Hoffentlich ist es ein neues Schwert Oder zwei Schwerter, dass man zwei Schwerter nehmen kann Ja Das fände ich auch noch cool Okay Bis der dann so zwei Katana auf dem Rücken hat Das wär so geil Ja Also wenn das der Fall sein sollte, dann Ist das Garantiert eins meiner Hülpenspieler, ey Ist es jetzt schon fast? Das macht einfach so lange, dieses Spiel Oh, ja Ja, ich falle Ich falle Rettet mich Ja okay, das war mein Zeichen Hier, du bist wieder drin Ja, alles klar So Habe ich dreimal die Arena versucht? Der Arsinos übernimmt In der Rehrenfeuern, Anführer, ihre Männer, die Zahn, Rubi, noch Aggressiver, Anzug, und Reifen, genau, alles klar Hast du nicht gesehen? Hehehe So, machen wir das mal Ja, ne doch nicht Dann wär ich da an die Wand geklatscht und auch untergefallen? Ne, du kannst auch von der Wand aus nach vorne springen Das habe ich eben auch gemacht Ah, okay Es ist halt währenddessen du, also wenn du währenddessen noch nach vorne drückst Ah, okay Wenn du nichts drückst, dann springst du auf die gegenüberliegende Wand Ah, okay So, diese animalischen Kampfschreie Die es manchmal auch von sich gibt Aber doch nochmal 250 Punkte Dann ist nicht einsammeln Wunderbar Und einmal mit dem Schleppschuss die Türe öffnen Mach sie auf!